Hey jungen Damen, was wollt ihr? Hallo! Mit unserem Opi in unserer Haut Der denkt sich auch so WTF Was war ich noch an dem Tag? Ich geh noch Holzfarm Und auch das Das ist echt ein Kacktag immer, ne? Meistens, ne? Ich hol mir jetzt mal eben zwei Schatteneier für morgen schon raus Morgen geht's halt wieder weiter mit Bescheid Voll toll, ey Ich geh in die Mine Toll, ich wollte eigentlich hinreißen Ein kleines Schweinchen Aber egal Lass sich das Feld morgen da stehen Aber Eintruche brauchen wir doch sowieso, ne? Genau, für die Mission In den Truppen Ja, hast du schon, ne? Genau Dann haben wir eine Mission fertig Weil Ahornsirup und Der Straußenpfad ist noch in der Kiste Ja Und wie gesagt Wegen Willi In meine Kiste sind noch vier Katzenfische Ja, ist gut Ja, ist gut Der Fels ist bei Quatsch Ja, aber Katzenfische bringt halt mehr, ne? Und Seegurken Seegurken hab ich geangelt Ja, normale Seegurken Ja, normale Seegurken Fische hab ich geangelt Ja? Ja Ja Was genug dazu? Ich krieg noch keine Superseegurken Ja, gut Ich krieg halt nur noch Superseegurken Ich hab auch ne Superseegurken Ich hab auch ne Superseegurken Also abhauen Ich glaub in der Anfangszeit wär das schon passiert bei unserem Hund Ja Allein schon im ersten Monat Obwohl ich noch nicht da war Ersten Monat? Erster Tag schon Der zieht drauf und sieht vor den Womit ich hier Boah So Lieber Flash, was machen wir denn? Aber sei mir mal froh, dass der Entwickler das nicht gemacht hat Flexer gestalten wir Hm? Mein Flash grad Was war das denn? Toll gewesen Ja Ey Chris Wenn du mit Emily zusammenziehst Vielleicht nimmt sie ja ihren Papageien mit Naaah Jetzt wär ernsthaft Weiß man ja nicht Er war den ganzen Tag kacke wie Centos Ne wie du Sprichst du dich? Sprichst du ihn an? Arschloch Fatze Boah Alter Du Kraftausdrücke Ich will mit meinem Papagen auch bald Mach ich doch gar nicht So Wenn du alle Bäume auf der Baumfarme gleichzeitig aberden kannst Nice Ich hab nur bei Dead by Dead jetzt so rum gemeckert Bei der dämlichen Krankenschwester Bei der dämlichen Krankenschwester Weil die mir ganz andere hinterher ist Ich bin war's mit dem schöner CDI Krankenschwester Die alte Camperin, ne? Oh geil, oh geil, oh geil Ähm Eisen Oder Holz Was sieht wohl am besten aus? Wie geht Eisenlaterne oder Holzlaternenfall? Oh, ich würd Holzlaternenfall nehmen Fast besser Okay, und am Holzlaternenfall Eisen sieht soo Komisch massiv aus Spash hat gelernt Hm Klar Das ist halt genau das, wovon ich auch gesprochen hatte Schönen Laternenbau nur Ja Ich hab übrigens noch ein paar Batterien noch mal 10 Stück Batterie im Kopf Ja, genug Eisenbahn hab ich auch, ich hab fast 100 Stück Hehehe Anzecker Äh, was war die Nächste Stufe für die Spitzhacke? Was hast du denn? Gerade Äh Stahl Stahl Dann kommt Gold Kostet 10.000 10.000? 5 Gold Barren 5 Gold Barren Ja Weil ich würd sagen dann Gib ich den nicht morgen ab Weil Die zwei Tage Sollen wir den Weg bauen hier? Guck mal 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 Ich mach gleich äh Ich seh schon Ich seh schon Ne Passt das so farmmäßig? Ich weiß nicht so richtig Weiß ich nicht Hm Ne Finde ich eher nicht Dieses rustikale sieht besser aus Aber vielleicht können wir irgendwo noch einen anderen Weg finden Ja Wenn du sagst du willst Du diesen Weg kannst du ähm wenn wir das Monsterhaus haben Kannst du schön davor sitzen Passt du diese Art Fesslung besser Aber so sieht das russi Ich hab das gerade überlegt Ich hab das gerade überlegt auch noch hier was rumzusetzen Guck mal Kannst du auch machen Boah so sieht halt momentan das rustikale besser aus finde ich Oder meint ihr nicht? Ja Ja deswegen ja Vielleicht gibt es später noch einen schöneren Weg Vielleicht gibt es später noch einen schöneren Weg Vielleicht gibt es später noch einen schöneren Weg Der hätte auch zu passen So Oder Flashland einfach Kristallweg Hab ich auch schon Ja warum Warum sag ich das eigentlich? War eigentlich klar Ich hab zu viel Ei gekauft bei der Mhm Eigentlich ist das ja bei dir immer klar Warum? Für den Flashpills Ja Haben die zu tun Doch Sind die heller als die Fackeln? Kann das sein? Die sind heller ja Irgendwie können wenn sie damit ausschauf jetzt dann können wir halt Fackeln abbrauen Oh Ja Ungewiss He Ja Wobei Wie ich mich kenn Komm ich eh die zwei Tage wieder nicht in die Mine rein Ah Todesgefäge Eine Pleiroute! Geh, dann fahren wir hier die Fahrtenden. Hm? Ne, wegen den Fuckeln. Komm her, wir können auch hier sitzen von den Laternen. Erstmal obenrum weggemacht, ne? Was soll ich mit dem Magnet drängen? Oh man. Tämliche Magnet, ne? Alle sitzen hier. Vorne ran finde ich okay. Oder halt hier in der Ecke, da. Auch kein Einschlag, großer Slime im Arsch. Ist schon ganz geil, ne, mit den Laternen. Hm, komm mal nach Hause. Gut, gut. Und ich hab ne neue Statue. Weißt du, wenn du nicht weiter mit? Ach, okay, die Müllkiste. Vielleicht hier hin. Zack. Lalalalalala. Ich kann mal ohne Fährt. Steh bei der Mine rum. Ach, das fährt doch nicht da hinten so. Nein. Ach doch. Was muss laufen? Das kann da schon ab. Ach, gleich. Möp, 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 möp. Ich liege. Okay. Warte mal. Mein Haus ist morgen fertig, ne? Kann das sein? Ja. Glaube. Okay. So, morgen sehen wir ihn aufwacht. Ne, ich mach grad was anderes. Sollte halt eigentlich morgen fertig sein. Ich behalte mal 15 Stück. 15 was? Im Weg. Also wir werden zum Herbst kein Geld mehr haben. Das werden wir auch nicht. Ne. Tschüss. Wenn Flash alles, was es ausgibt, nicht. Was soll das jetzt? Ich bin artig. Ja. Du hast doch bestimmt schon wieder um die 9000 ausgegeben heute. Okay. Lol. Bleib bei dir, Flash. Wie viel hast du reingetan? 50? Bleib bei dir. Oh man. Das ist, weil ich ja noch diesen Skill habe wegen dem Meeraufskill. Ja gut. Das bringt ja halt auch noch was, ne? So, jetzt sind wir bei 100.000. Morgen hat's der Handy Geburtstag. Ja, das ist wieder in die Wüste fahren. Ja. Das geht nicht, wir müssen was im Ding reinstecken. Im Ding? Ja. Im Stingster-Boomster. Ja. Boah, wie viel kann man denn hier ernten? Ach du Scheiße. Ja. Hab ich. Nice. Ey, das ganze Treibhaus ist was für dich. Okay. Was ist da? Ja. Es scheint, als würdest du so manchen Leuten hier recht nahe kommen. Okay. Hab ich schon. Mit deiner Tochter veriratet. Äh, also. Geisternote, guten Tag auch. Du solltest mal irgendwann nach Sonnenuntergang in mein Zimmer kommen. Vielleicht so gegen 20 Uhr, ich will dir etwas zeigen. Kommt wieder dieses... Ja! Das Geisterbrett. Oh, vielleicht die Kürbisse. Brummbeerpastete gelernt. Ja. Will dich auch gleich herstellen. Materialien hab ich. Ach, wie echt? So. Und die Kürbisse sind fertig geworden? Ja. Nicht alle. Weil einmal wurde vergessen zu gießen. Und die Weintrauben, guck dir das an, Alter. Hm. Okay, ich werd, äh... Viel Spaß beim ersten Flash. Wua! Warum ich? Warum? Achso, heute ist auch noch Geschenke verteilt. Hm. Ja, das kann ich auch verzichten, Alter. Holla, ey. Gottchen. Achso, oder? Wie viel ist denn das? Vor allem diese ganzen Weintrauben. Hm. Hm. Ah, das war viel schlimmer. Hm. Flub, 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 flub. Warum müsste ich jetzt mal um die Tiere? Warum ist jetzt gar nicht mehr hinterher? Hm. Wird nicht mal die Unimirter. Ja, ja, die brauchen wir echt, ey. Zummal ist das nicht. Spätestens... ... beim nächsten Mal. Ich bin gleich leider da. Ah? Ne, ne, ich meinte das hier. Warum werden da meine Kübisse lila angezeigt unten im Feld? What? Lila? Lila Stern? Nein. Ach, weißt du, dass der goldene Kübis, der bei mir lila angezeigt wird? What the fuck? Kira, I'm coming. Is coming home. Is coming home. Zendus is coming home. So. Ähm, wer hat gerade Geld ausgegeben? Das ist ich dein Ernst, oder? Wieso? Ich wollte die Hausarbeiter und die letzte holen. Ich hatte doch gesagt, Flash. Dann hat er gesagt, dass er es heute macht. Ich hab's gesagt, dass ich das heute mach, dass ich die zwei Tage dann hab. Okay, ich geh wieder ausverkaufen. Wir haben gegenseitig nicht zugehört, sorry. Du meinst doch irgendwas aus den Kästen rein. War ja jetzt irgendjemand den letzten Tagen in einem... Pilzfütter? Ne. Hm? Keiner war in einer Pilzfütter in den letzten Tagen. Pilze geerntet. Ich glaub, ich war den... Vorgestern war ich drinnen. Den Junk jetzt gut. Wir haben aber wieder gegenseitig nicht zugehört, eben. Egal, Karl. Verkaufen, 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 verkaufen. Fertig. Wollte eigentlich reichen. Wollte eigentlich reichen. Wollte eigentlich reichen. Wollten sie wär wirklich blank. Hm. Oh, das ist sch... Oh, danke. Abigail, feste Freundin? Ja. Ja. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viele Kübelsaaten die noch brauchen. Ich weiß mal anpflanzen, dass ich noch hab. Ausgelastete Frames. Hatte ich gerade. Ja, aus irgendeinem Grund war grad die Verbindung ein bisschen. Gaga. Mhm. Weil bei Fabi und Fabi Sound kam so... Hallo Marni. Marni. Was haben wir da auch? Wir haben den... Das haben wir auch noch. Das haben wir noch. Sommersaat, Sommersaat, Sommersaat. Sommersaat, Sommersaat. Wollen wir das ganze Rest Liga, was wir noch haben hier? Hm. Ist der Schwule hin? Wollen wir das... Meiste? Ha. Was ist denn Lina's Schwule hin? Weg. Weg. Oh man's mal vielleicht? Das kann sein. Ich geh erstmal gucken, was die Tante haben möchte. Sandy? Nee, was die Tante mit dem Wagen im Angebot hat. Ich weiß nicht. Ich guck mal was Sandy morgen haben will. Narzissen, Krokus oder Edelwickel? Oder Quarz. Quarz mag es nur. Hedewickel? Kann sein, dass ich sogar noch welche hab. Bei der liegen noch Kokosnüsse vor der Tür rum. Nein, Kokos. Ich hab Kokos verstanden. Kokodok, Kokodok. Aber alles was? Und Quarz? Das schaffen wir nicht mehr in der Zeit. Was? Wir hatten noch Wintersaat. Nein, alles gut. Nach Winter, die ganzen anderen Saaten noch. So, erstmal mein Mäuschen. Abby, steht mein Mäge rum? Nee. Habe ich nicht. So, Geschenkerunde. Ich hab noch Edewickel. Wie viele denn? Insgesamt fünf Stück. Dann passt das ja. Okay, ich tue euch zwei in Essence-Käste rein. So. Todi zuhause? Todi nicht zuhause. Ding. Mini-Zwerg. Im Event. Nice. Bei... Emily. Aber... Oh, später 15 Uhr, ey. Krupp, Krupp. Ich hab noch ein Event. Ja? Schon wieder bei Emily. Ich glaub, da fliegen jetzt die Vögel gegen die Scheibe. Ja. Ein wunderschöner Tag im Pelikan. Mhm. Ja. Hi. Vogel gegen die Scheibe. Geht ab. Deine Mutter. Nee. 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 Die haben wir schon. Ja. Hi Abigail, geh mal weg. Abigail, weg. Hält sie den ganzen Verkehr auf hier. Wo ist sie? Äh, bei... Beim Zauberer. Ernsthaft, bleib ich grad weg? Haha. Sie ist da grad wieder hingegangen dran. Scheint. Also sie ist gerade beim Zauberer unten an dem... an dem Ding da an der Ecke. An dem Ding... Ding da? Da wo sie meistens immer rumsteht? Mhm, genau. Auf weg. So, wo ist die besoffene Marni? Haha. Marni? Weiß ich zuhause. Gut, dass man schon in die Hütte reingehen kann. Geht weg. In welche Hütte? Weiß ich zuhause. Achso. Jetzt hab ich die Schatteneier natürlich vergessen, aber die beiden hauen ja nicht ab. Der Krobus und der Zwerg. Nö. Die bleiben eh immer da stehen, weil sie waren. Ansonsten jeder Tag, seitdem es wurde. Genau, das ist nämlich der Vorteil. Die mach ich nämlich als letztes immer. Mhm. Aber manchmal hab ich die Materialien nicht mit... Guck mal, jetzt gehen sie alle nach Hause. Mal gucken, ja. Zwei Sch... Wir haben keinen normalen Schatteneier mehr. Und auch eins. Gut. Okay. Na, ich will jetzt nicht unbedingt einfach silbernes Schatteneier da verschenken. Mach ich. Ich würd sagen, Fabius, mach doch einfach, oder? Ja. Mach doch einfach. Jeden Tag Schatteneier rein. Ja. Aber allein brauch ich ja zweimal pro Woche schon welche. Egal. Sammlervogelsträuche, okay. Naja. Wieder nix gutes bei ihr. Nö. Außer mal haben wir die schon, die Schneemann. Ja, ich weiß. Die haben wir schon. Ist nicht bald das Fest. Und mein kleiner Zwerg... Ist auch noch n bisschen. Nehmen wir eh nochmal Post. Oder wenn wir Fernsehen gucken, dann sehen wir es ja auch. Was ist Hepsi? Ja. Au. Da sollten wir vielleicht mal ein bisschen Geld reinschmeißen. Sonst wird es jetzt ein bisschen arg problematisch da einzukaufen. Ja. Ein bisschen, ne? Minimal. Ich bin ja gleich tausend nochmal auf dem Kalender gucken, wann es war. 17. bis 19. oder 16. Achso, dieses. Das Wanderfest meinst du? Weil irgendwann ist doch auch das Ausstellungsfest. Wo wir die... Neuen Sachen ausstellen sollen. Ja, da war aber genug von eigentlich. Achja, das ist ja auch bald noch. Trimmt ja. Das hab ich schon wieder total vergessen. Naja, man merkt sich auch nicht immer alles, ne? Ist das eine große Ehre? Bitteschön. Ich glaub Kent will einen Selbstmordversuch starten. Ja. Den roten Pilz von mir haben, der entsaugt dir Energie. Ja. Ja. Der steht aber auch drauf. Ja. Der war bei der Army im Ausland. Hallo? Ja, guck mal einer an. Solter-Taktik. Das war der erste Weg. Oh. Was? Ne, du brauchst Sam, oder? Ja. Nein! 19.50 Uhr wird du mich nicht mehr reinlassen? Scheißspiel, ey. Hehehehe. Hallo? Ich hätte gern einen Diamanten. Nein, hättest du nicht. Für den Grabteleines Großvatern. Für Kohle gibt das eigentlich. 2000 Zonen. Wer will den Namen? Alex. Alex. Wir haben einen Diamantenarm. Ja. Da muss ich mal in meiner Diamantenkiste holen, wenn ich habe. Ja. Dann. Wir galoppieren nach Hause. Hallo? Es ist ein bisschen früh, ne? Dass wir alle zu Hause sind. Wie hell ist das hier auf der Farm? Na? Ein bisschen hell, ne? What the fucker, ey. What the fucker? Ja. What do you put in? Auf jeden Fall keine Energiespar-Lampen. Voll und einfach. Energiespar-Lampen. So. Ja. Kriegst du morgen einen Diamanten? Hab ich die Quest angenommen? Nein. Dann ist die morgen weg. Scheißegal. Was ist so? Der Hund schläft bei mir oben im Zimmer. Im Kinderzimmer. Aber der Hund pennt mal da oder mal da, ne? Jo. Wunder. Ich bin so früh, ich liege auch sofort im Bett. Ich bin eh noch weit unterwegs, also ich hack noch heute. Ich liegt grad auch noch nicht im Bett. Ja, du sagst, ich bin gleich nochmal weg. Ich hab nur so schnell zurückgemacht, weil ich eigentlich so erkennt wollte. Aber wenn die mich neunzig und puft sich nicht mehr ans Haus lassen. Ja. Manchmal ist das so. Weiß nicht. So, machen wir das so rum. So soll der Wein eigentlich rein? Hast du grad Schuppen gemacht? Hm? Hast du grad Schuppen gemacht? Hast du grad Schuppen gemacht? Hm? Nee, bei den Recyclerern. Ja, da ist auch der Schuppen. Ja, da ist auch der Schuppen. Ich weiß nicht, wo das Bier ist. Was? Hast du? Hat auch gleich in Nacht gefüllt. Wo es ja alles dauerproduziert werden. Hm? 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 Du kannst ja auch in das Gewächshaus packen? Könnte sein. Da ist noch ein bisschen dunkel. Hm, dunkeln ist gut man können, weißt du was. Jetzt hab mal Haus. Jetzt fehlt nur noch Fabi, ne? Wie ist schon? Gar nicht mitbekommen. Oh. Das große Leben. Ja. Oh. Haus ist fertig. Oh, so ein Wein bringt 84. Warten mal gucken wie viel das bringt. 20.000. 20.000. Soll das mal reichen, 20.000 wie du feuerst. Morgen, liebe Familie. Hallo. Morgen. Alter, du hast mich nicht ernsthaft bei mir im Bett geschlafen. Doch. Dein Plasmafernseher ist im Weg. Oh Mann, Farbe. Warst du ja so kuschelbedürftig? Na guck mal, dein Küchenboden haben sie nicht nach oben versetzt. Übergegriffen. Doch, das ist der Boden, der unten war. Das muss ich jetzt erst die nächsten drei Tage machen. Am Event mit Jody. Hallo Jody. Oh. What the fuck. Heike hat er so echt cool. Den ganzen Weg hier hochzulaufen, spart mir den Besuch im Fitnessstudio. Morgen, neuen Gegenständler. Ja. Ich wollte dich fragen, ob du Lust hast heute mit uns, uns Abend zu essen. What? Okay. Du musst nicht, aber wenn du dich doch dazu entschließt, könntest du eventuell einen Forellenbarsch mitbringen. Haben wir einen Forellenbarsch? Äh. Glaube nicht. Beginn ist um 19 Uhr. Achso, ich muss ja um 20 Uhr drehen. Morgen ist, morgen ist das Sternenthalerfest, ja ne? Oh, Alter, wie sieht denn den Hoth aus, Flash? Geil, ne? Warte, fuck. Das Bohnen versetzen ist immer voll komisch, ne? Naja. Hm. Hat er nicht... Hast du einen Forellenbarsch, Chris? Hä? Hast du einen Forellenbarsch? Äh, Forellenbarsch, weiß ich nicht, musst du gucken. Ist halt nur alles so komisch jetzt hier. Aber ich glaub eher nicht, oder? Nein, ich muss angeln gehen. Ich brauch einen Forellenbarsch bis morgen. Äh, bis heute Abend 19 Uhr. Und bis heute ist Sandy noch hin, ne? Mhm. Ich will nicht zu Sandy. Wie gesagt, die Edelwickel sind in der Kiste drin. Musst du angeln, ich brauch einen Forellenbarsch. Na, Schatz, wie geht's hier? Gibt's den nicht hier? Ja, ich kann. So gerade, Spächer. Ich glaub nämlich, der gab's gar nicht, oder? Doch, Forellenbarsch. Ich berg sie alle Jahreszeiten. 6 bis 19 Uhr. Der grüne, komische Schleimge. 6 bis 19 Uhr. Ah, ich hab's auch. Ich hab ne Sonnenblume geerntet. Mhm. Müsst du mir auch rauswissen. Welche Kiste hast du gesagt, hast du reingetan? Essenskiste. Ach. Heute ist doch Montag, ey. Manchmal. Man vergisst das jedes Mal, dass es Montag ist. Ich hab Kürbisse geerntet, ja, Flash. Ja. Müsste noch eine Saat irgendwie noch einen, oder so. Der Busfahrer ist nicht da. Hallo. Das ist klarer Dreh, tene, links her, hoch. Links her, hoch. Also, ich weiß, ich hab keine Ahnung, wie du die ganze Saat hast. Unten noch, ich nehm nur unten Saat raus. Aber unten in der Kiste hab ich grad keine Kürbisse gesehen. Ne, ich weiß, was anders da ist. Stress ich im Kreis, stress ich im Kreis. das was gerade da ist, ich hab auch die restlichen, ich hab glaube ich für den ganzen herbst, ich hab 500 saken gekauft oder so Was geht denn jetzt noch? Alles einfach da hin böllern Einfach irgendwas anpflanzen Ähm, ich kann mein Haus gar nicht erweitern, Centos ist der einzige der sein Haus glaube ich auf Stufe 3 machen kann Ich hab die Option nicht Okay, oder muss ich das erst machen, dass das dann geht? Nee, ich glaube nicht, du bist ja als ich das kann bin Okay Hab ich das Gefühl Das wär aber komisch Dann siehst du auf mich jeden Morgen auf jeden Fall da rumgammeln Mhm, glaub ich sogar dir Dann gehst du einfach mal bei ihm pennen Toll, mein ganzer Plan mit den Kisten in den Keller reinzusitzen ist ein einmal geil Oh Mann ey Oh Oh, ich hab ne Haselnuss für Pam Pam, ich hab was für dich Hast ne Nuss gefunden Danke Kindchen Oh Pferde Du hast das nicht gesehen Fabi Genau Hmm Den 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 Also haben wir erst mal genug Gold für dieses komische Fest Sollte ich das dann nicht starten, die Erweiterung gleich? Ich hab auch nicht umsonst die 100.000 versucht reinzubrettern. Das hätt' mir auch sparen können. Dann starte ich die gleich mal, ne? Was? Die Erweiterung, oder willst du jetzt nicht? Mir doch egal. Okay. Flash ist Depri. Depri, man. Du hast angst du für mich mit? Äh, mein Angel ist zuhause. Ich bin grad nicht zuhause. Flash, dein Pferd ist weg. Oder bist du schon wieder zuhause? Bin schon wieder zuhause. Flash ist schnell, weiß ich doch. Ich hab halt noch Würmer aufgesammelt. Flash hat früher und da meint er mir immer. Dum-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Du sagst ja zu nichts, einfach traurig das Spiel. Jo. Es mobbt dich. Und wenigstens alle Häuser damit ausstatten sollen. Ich hab einen Forellenbarsch. Oh, ich bin so gut. Normalerweise. Ein Fisch, ein Barsch. Ist doch gut. Hauptsache. Die ganze Geschenkrunde kann ich mir was hauptsächlich sparen gefühlt, ey. Manchmal ist das so. Bis 16 Uhr steht Pam immer da rum, ne? Ah, glaub bis 18, glaub ich. 18, ne, da rein ich bis 17. Oder bis 17? Sprechen kann ich's aber nicht. Mhm. Ich glaub auch, dass ich immer eine Erinnerung hab. Das ist das 17 Uhr. Ab nach Marni. Oh, die Bäume sind auch weiter gewachsen. Nice. Hallo Garth, ich hab ein Geschenk für dich. Ach, da ist Marni. Wo ist Marni? Na, zu Hause. Marni, 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 Marni. Es geht einfacher, der Zauberer ist sowieso immer da. Ja. Deswegen hab ich den noch schon fertig. Tadda. Awww. Gut, einen von da hast. Emmi, ach, Emily und Abigail kommen auf jeden Fall auf die Farm. Hm. Kann ich morgens mal zwei schon mehr beschenken. Weil Linus muss man eigentlich auch den Tag nicht suchen, weil er abends halt am Zelt wieder ist. Und du da eh immer ihn ansprechen kannst, dann. Hey, liege weg, das wird die Schlimmste. Sante Rennerei, ey. Das erwartet, das ist normal. Immer Sonntag zum Montag. Nur hin und her, hin und her. Für morgen meine Spitzhack abholen. Du musst es ja nicht machen. Du musst es nicht machen. Nee, nee. Für Robin. Muss ich nicht machen. Ja, aber trotzdem. Für morgen kann ich meine Spitzhack abholen. Ah ne, Krobus kriegt das. Ah, Krobus sieht's aus. Nein, Linus. Wo bist du? Oh, das ist ja gleich schon 30 Uhr. Ja, das ist aber auch schon der Tag ist für mich dann hier. Hm. Nach dem Tag? Ja. Ne, wo hab ich gedacht, wenn wir so halb oder so. Ja. Auch schon lange dabei, also. Naja. Aber geht immer schneller, als man gucken kann eigentlich. Auf jeden Fall. Kent, bist du zuhause? Ich hab ein Blitz für dich. Oh, ich hab schon mal das Event geöffnet. Ah, Kent mit event. Ah, ich kann... Aber langsam merkt man auch so... Äh... Hallo, Jody. Ach, das ist nicht so schlimm. So ein Mädel. Ja, du kriegst das. Also Fabio, meine Häuser wären nicht größer. Okay. Das ist doch du. Deswegen hab ich den Erfolg bekommen. Das ist die maximale Größe. Ach so. Ach so. Weil der dann immer zwei Monate lang unten im Keller Wein haben muss. Dauerhaft. Hm. Mh. Das heißt, du musst die ganzen... Am besten ganz viele Weinfesse reinknallen und gib ihm. Mh. Ja, ja. Eigentlich hatte ich nämlich schon was in meiner Geste vorbereitet. Eigentlich. Mh. Einmachgefäße, zehn Stück. Mh. Tja. Egal. Egal, Karl. Loll. Genau mal ins Haus rein, auf welchen Event mit Sebastian. Oder mit Sam wie er da heißt. Naja. Mit beiden Musikern. Ey, spiel ich Schlagzeug jetzt mal? Aber... Immer ein bisschen was bei dir an Events, ne, Fabi? Ja, ist halt. Eigentlich wollte ich rein und Kent diesen fucking Pilz gehen, weil ich glaub morgens die Mission abgelaufen. Ja. Das ist eine kleine Jam-Session. Oh, ich darf Schlagzeug spielen gehen. Jam, 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 fashion. Mh. Ach ja, morgen ist ja sowieso das Event. Hey, Calterso, was für Musik gefällt dir so? Wir müssen dann dran denken, dass wenn wir das nächste Mal wieder machen, dann morgen dann das Event startet. Oh, das geht auch relativ schnell. Ja. Jemand fertig. Äh, dem, dem. Okay. Oh, ich bin noch dran, oh nice. Kent, wo bist du? Er ist nicht zu Hause? LOL. Wo ist er? 21.30 Uhr. Oh, draußen vorm Haus. Hier, Griffin, den roten Giftpilz. Ist nie nett von dir, Fabi. Ich hab meine Freundin noch nicht beschenkt. Ich hab meine Tage noch nicht beschenkt. Wird er mich? Wird er mich? Hm? Verraschen? Muss an der Wand passiert werden. Calender. Funktioniert nicht. Weiter höher sitzen. Was ist meins, was ich denn versuche? Will nicht. Anno. Abby will mich nicht reinlassen. Du bist im Schlafzimmer nicht. Abby will das Event in mir im Detail. Du musst noch einen Wand höher setzen. Du hast ja zwei Wandhöhen. Habe ich heute schon. Stimmt. Also mir fehlt Abigain noch zwei Geschenke. Clam eins. Luis. Marnie eins. Jody eins. Ich war doch bei Jody zu oben. Achso. Ich hab falsche... Ich hab natürlich falsche Taste gedrückt. Geh nach Hause. Die ganzen Zwischenevents und so. Alle auf einmal getrackert. Krass, ne? Und das ist wahrscheinlich auch ordentlich an Herzen bei denen, ne? Geht. Marnie habe ich auch schon fast alle Herzen für noch zwei. Linus habe ich fünf. Demetrius habe ich vier. Sandy habe ich jetzt auch vier. Pia habe ich vier. Plus habe ich drei. Achja. Weiß ich nicht. Flash dieser verheiratete alte Sack, ey. Ich hab gesagt Flash dieser verheiratete alte Sack. Nur so. Ich lieg schon. Oh, ich muss immer den Boden austauschen, ja. So. Liegt noch nicht. Könnt auch kurz vergessen. Warum? Den Boden kann ich nicht austauschen, ne? Egal. Gut. Bisschen habe ich schon umgeräumt. Hm. Das kommt beim nächsten Mal. Jo. Oh. Was ist los? Ich habe ich doch gesagt. Kamerad Yoga Band. Aber diesmal nicht zu dir. Ja. Leia ist auch hier. Was will die denn denken? Haha. Gibt es einen armen obdachlosen in Schlafplatz? Hm. Du bist nicht obdachlos und arm. So. So. Und heute ist der Stern top. So das war's? Ja. Das war's. Ja. Alles gut. Ich komm nicht. Hi. Oh. Oh, Zucker ist fertig. Oh, Zucker ist fertig. Zucker. Hallo. Hi. Auf Wiedersehen, Flash. Tschüss, Fabi. Auf Wiedersehen, Fabi. Auf Wiedersehen, Flash. Tschüss. Hallo, Fabi. Oh, Schade. Ich dachte, die kann man hochheben. Die Tiere. Wäre jetzt mit einem hier ins Regen gekommen. Uniparty. Ja gleich mit dem Essensteller. Nicht wieder was zu essen. Ich mit meinem Pillen mal wieder. Geh für Energie. Das ist unglaublich. Oh, ich habe kein Wasser mehr. Wollte ich gerade anstrahlen. Blut anhand. Wie das aussieht. Toll. Hier war gerade die Gießkanne neben dem Charakter. Ja. Die Knieanimation war es hier. Ich habe einen gestohlt. Vielen Dank, liebe Leute. Abfahrt gemacht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei YouTube. Ja, das weißt du. Und im Stream war eh keiner da. Außer kurz. Oh, doch. Ja. Ja. Und bringt Spaß. Fabi muss jetzt mal alles rausschmeißen. Wenn wir jetzt deinen Spiel herrennen, würden wir sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ich kiste gar nicht. Ich habe eine Kisten. Guck mal. Ich habe eine Kisten. Hast du schön gemacht, Fabi. Muss ich schon sagen.